Musik Setze oder lege dich ganz bequem hin. Richte nun deine Augen nach oben und suche dir einen x-beliebigen Punkt an der Wand oder an der Decke. Konzentriere dich ganz entspannt auf diesen Punkt. Versuche so lange wie möglich, dich auf diesen Punkt zu konzentrieren. Je länger und intensiver du dich nun auf diesen Punkt konzentrierst, hast du langsam das Gefühl, dass deine Augenlider immer schwerer werden. Immer schwerer werden und zufallen wollen. Nun schließen sich deine Augen. Deine Augen sind nun geschlossen. Obwohl deine Augen nun geschlossen sind, bleibst du jederzeit aktionsfähig. Wenn es erforderlich wird, kannst du jederzeit deine Augen öffnen und angemessen handeln. Du entspannst nun deinen Kopf. Zuerst die Kopfhaut, dann die Stirn, schließlich die Augenbrauen und nun entspannt sich auch das Kinn, alle Muskeln um Augen und Mund herum. Du lässt los und spürst, wie sich das ganze Gesicht angenehm entspannt. Auch deine Zunge liegt ganz locker im Mundraum unter dem Gaumensegel. Nun lässt du auch deinen Oberkörper los. Lass die Schultern und die Oberarme ganz bewusst fallen, um somit die Lunge und das Zwerchfell zu entspannen. Du spürst ganz deutlich, wie die Entspannung des Oberkörpers immer noch mehr zunimmt, bis auch er schließlich ganz locker, ganz gelöst, ganz entspannt ist. Nun entspannen sich auch dein Bauch und die Beine, bis zu den Füßen hinunter. Alle Konzentration ist auf diesen Entspannungsvorgang ausgerichtet. Du empfindest deutlich, die wunderbare Entspannung, die jetzt auch von deinem Unterleib und von deinen Beinen Besitz ergreift. Dein Unterleib, deine Beine und Füße sind völlig locker und entspannt. Nun entspannst du auch geistig. So wie die Gedanken kommen, so gehen sie auch. Du spürst dabei die wohltuende Entspannung deines Geistes. Du entspannst mehr und mehr. Auch die letzten Gedanken sind jetzt verweht und du wirst immer ruhiger, immer ruhiger, immer ruhiger. Du bist nun absolut ruhig. All deine Gedankenarbeit ist zum Erliegen gekommen. Du spürst eine wunderbare Stille in dir. Das Gefühl absoluter Ruhe. Ruhe und Stille. Das Blut ist sirkuliert wie ein kleiner Bach, gleichmäßig und ruhig durch deinem Körper. Alle Blockaden lösen sich nun auf. Stell dir bitte jetzt die Person vor, die dich in deiner Harmonie stört. Wenn du sie dir nun bildlich vorstellen kannst, geh auf sie zu und sage ihr. Ich wünsche dir für dein weiteres Leben alles Gute. Ich gebe dich ans Universum frei und dadurch werde ich jetzt frei. Wann immer ich dir begegne oder an dich denke, wird mein Körper mit Gleichgültigkeit reagieren. In meinem Leben ist nur noch Platz für harmonische, friedvolle und liebende Gedanken. Ich lasse dich nun los und übergebe dich jetzt der Gerechtigkeit des Universums. Ich fühle mich frei, ruhig und bin mit mir im Gleichgewicht. Ich wiederhole, ich wünsche dir für dein weiteres Leben alles Gute. Ich gebe dich ans Universum frei und dadurch werde ich jetzt frei. Wann immer ich dir begegne oder an dich denke, wird mein Körper mit Gleichgültigkeit reagieren. In meinem Leben ist nur noch Platz für harmonische, friedvolle und liebende Gedanken. Ich lasse dich nun los und übergebe dich jetzt der Gerechtigkeit des Universums. Ich fühle mich frei, ruhig und bin mit mir im Gleichgewicht. Ich bin völlig entspannt und genieße jetzt noch einige Minuten das Gefühl innerer Freiheit, Harmonie und Liebe. Ich habe viel Zeit. Viel Zeit. Ich bin völlig frei, ruhig und bin mit mir im Gleichgewicht. Ich bin völlig frei, ruhig und bin mit mir im Gleichgewicht. Ich bin völlig frei, ruhig und bin mit mir im Gleichgewicht. Ich bin völlig frei, ruhig und bin mit mir im Gleichgewicht. Amen. 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 Langsam kehrst du nun wieder zurück ins Tagesbewusstsein. Langsam kehrst du nun wieder zurück ins Tagesbewusstsein. Wann immer du bereit bist, öffnest du nun deine Augen und bist ganz wieder im Hier und Jetzt. Wann immer du bereit bist, öffnest du nun deine Augen und bist ganz wieder im Hier und Jetzt. Wann immer du bereit bist?